herzlich willkommen zu einer weiteren folge in unserem ls 22 story projekt hier aus deppenhausen aus meinem hofladen ja ich bin hier immer noch ein bisschen am warten bis der jürgen nachher auftaucht ihr wollt ja mit den maschinen hochkommen dass wir heute ein bisschen ballen pressen können und das stroh vom feld kriegen aber ich habe hier auch noch was zu sagen das habe ich nämlich letztes mal voll vergessen ich habe beim händler den neuen hänger bestellt und werde dafür auch den fliegel hänger von uns wieder abgeben denn ich sag mal vom kosten nutzen faktor ist der fliegel nicht das richtige für uns wir brauchen ihren multifunktionalen hänger und den was ich jetzt bestellt habe oder kommt schon der jürgen können wir aufbau ganz schnell umstecken vom kochen anhänger zum ballen anhänger und auch komplett ganz schnell die kompletten seitenteile abnehmen dass wir einfach nur eine plattform haben das ist glaube ich erstmal sinnvoller und es gibt noch eine ganz unerfreuliche nachricht aber die kann ich eigentlich im jürgen dann auch gleich mal mitteilen als er noch einen kaffee will mal gucken denn ich habe ja das angebot für die palette palette halle gehabt wo ich mit geplant habe bis jetzt mit knapp 185.000 die da hinten hin sollte okay mein hofladen schließt und da kam heute brief mit einem neuen angebot sie können den preis nicht halten das kann ich euch ja mal gerne zeigen das neue angebot weil wir wissen ja dass wir 185.000 zahlen sollten für die halle und jetzt ist das angebot bei 350.000 nur für die halle ohne unser heizkraftwerk wo ich mit geplant habe und ich sage mal ganz ehrlich das stellt die komplette rechnung infrage und ich bin mir gerade nicht so sicher ob das palette geschäft wirklich noch so lukrativ ist für uns aber das muss ich erst mal die tage durchrechnen schaue ich erst mal was der jürgen da macht ob ich ihm gleich mal helfen kann aber wir sollten ja schließlich hier auch ein bisschen arbeiten moin jürgen alles gut bei dir ja ist ja schon fleißig wie sie ja auch geht geht doch doch also muss ich schon sagen du hast schon mal mehr gemacht wie ich hier das weiß ich hatte bloß pause und habe hier gerade ein paar komische nachrichten bekommen ein paar komische nachrichten naja ich hab doch weißt du doch die pellet halle wo ich geplant hatte ja auch die war doch bei 175 mit fundament und so weiter 185.000 das angebot erstmal sein ja also jetzt ja ich habe mal aktualisiertes bekommen das klingt so als wenn der preis nicht in die richtung gegangen ist die du dir vorgestellt hast definitiv nicht es ist auf 350.000 hochgegangen wenn ich das jetzt mal so überschlage ist das also eine steigerung um so ca 90 prozent kann man so sagen also plus minus und ich sag mal ganz ähnlich dieses angebot stellt gerade alles ein bisschen in frage weil mit dieser summe habe ich nur gerechnet und ich sag mal ich rechne ja sowieso immer ziemlich knapp gerade aber wo soll ich das geld noch hernehmen also ich hätte jetzt gesagt verkauft hat den fendt aber ne der heute noch gar nicht ja das ist natürlich das nächste ich sag mal wenn ich mir die halle jetzt nicht der preis schon gestiegen ist und dann rechnet sich ja meine rechnung schon dreimal nicht und dann muss ich das zeug da noch abbezahlen was ich zu der halle ja auf jeden fall brauche er sonst macht die halle wenig sinn das sind so ich weiß nicht du kannst zum unterstellen nehmen also ich weiß nicht mehr was ich hier gerade denken soll das ist alles ein bisschen utopisch günstig ist anders nicht weil ich mal da drin steht stehen zwei maschinen die 600.000 kosten dann kommt die halle mit 350 jetzt noch mal oben drauf das ist ja dann habe ich aber noch kein heizkraftwerk wo ich eigentlich mit dazu gestellt hätte um die kosten zu decken und auch den hof mit zu heißen und bisschen was einzusparen aber das ist erst mal eine million sagen wir mal 1,1 millionen invest wie viele pellets muss ich denn da pressen und verkaufen ich glaube das rechnet sich aber noch nicht so schnell und ich muss mir das heute abend echt noch mal in ruhe durchrechnen aber ich weiß nicht die ist so ein bisschen so ein nackenschlag fühlt sich zumindest so an und das stellt ja dann meine komplette ausrichtung gerade frage aber dass du sagen darf mir gut da die zum großteil darauf aufbaut ja das richtig und ich sag mal ich muss ja irgendwie geld verdienen ich kann ja nicht immer das geld verbrennen er kannst du schon das wird halt nur immer weniger und irgendwann ist mal nichts wir da zum verbrennen das ist richtig naja ich sag dir das wird mir noch mal hier aber egal kommt wir müssen heute ein bisschen was schaffen aber ist dir was positives vielleicht schon aufgefallen hier im hof jetzt gerade so nicht aber ich bin halt auch nur so die richtung dahinten guckst da fällst du vielleicht am ersten auf richtung saftproduktion stehen zwei regale die standen vorher woanders stimmt die stand vorher in in dem unterstand neben der saft ding ins gedöns wasserum hatte das ich habe hier ein bisschen aufgeräumt das heißt ich ich sag mal ich und meine hofhelfer die auch die apple vom von den bäumen gesammelt haben und da reingebracht haben die haben wir auch gleich mal die kartonage mitgebracht und der schrotthändler diese ganzen metallkisten die ganze schmarrn hier mitgenommen wo ich nicht mehr brauche und da habe ich mir gedacht ist das regal doch ganz gut davon hin das ist richtig sieht man ordentlich aus hört schon wenn das geld nicht vorher ausgeht wird das ein schöner hof ich kenne hier woher ist schön dass wir drüber lachen können ja ja aber jetzt mal ganz anders wie wie fahren wir hier fort die vier hast du gesagt hängen war die gewalt oder wie ja den fänden immer zum ballen weg also nehmen okay und ich hole mit dem klasse und den ladewagen hole ich das soll ich vom feld so hatten wir doch glaube ich ausklammigert dann fahre ich den fänden da und du schon mal den vier donna wie dass ich wenigstens was zu tun habe ich mag den fänden eigentlich schon auch muss ich schon sagen was mir gerade auffällt du möchtest aber nicht mit dieser gabel hier in meinen in meine ballen reinpiksen hast du doch ganz sicher sieht ja hollballen stromballen da kommen wir noch ein stückchen hier einen halben meter kannst du noch wird stoppt machst du da bist du bist hier irgendwie bis hin grad ja ich glaube ich habe die falsche kopplungen hinten drin müssen wir vielleicht doch das feld dahin denken also mal problematisch also ich könnte hier war unter die kalte keile bringen wenn du möchtest das ist irgendwie unvorteilhaft andere idee nee warte mal der fiat schnappt mein ladewagen nicht der fiat schnappt den ladewagen nicht wenn ich jetzt den fan aus der garage fahrt das wird teuer also der fiat würde den flachen wahrscheinlich schaffen nur ich finde der hat hat also ansteuerung quasi nischt was ist wenn wir notfalls den fans hin klatschen und ich ab und zu dann einfach mal die ball ein bisschen wegschubst bleibt uns ja aktuell glaube ich nicht weil ich sonst sonst habe ich irgendwie keine notlösung außer ich probiere es mit vier und dem ladewagen aber er ist voll funktionsfähig er hat halt nicht alles an steuerungsmöglichkeiten was du hast weil gut ich sag mal ich brauche warte mal was brauchst du denn druckluft hatte und hydraulik zweimal das hat er auch er hatte keine isobus terminal oder kannst du das aus deinem träger rausnehmen und mitnehmen das können können sieht so aus als könnten wir das da hinten ausstecken das müsste möglich sein unser probieren jetzt hoffe ich mal nur dass meine schlappen da nicht so im weg stehen dass der ballen da vorbeikommt so weil interesse wir machen 125 ballen oder hätte ich jetzt gesagt ja okay du hast schon reingegibt wie sie dann fahre ich die maschine einfach mal hoch und guck mal ob alles reibungslos läuft dann auch so ein bisschen erst einsatz hier war sieht doch erstmal ganz schnick aus also abkippen konnte ist doch ohne probleme oder ja das klappt gut dann werde ich die pick up schon auch hoch und runter kriegen ja ich weiß noch nicht ob er das von der leistung bergauf schafft er hat ein bisschen weniger ich glaube ich fahre dann von oben runter ja wir musst du sonst probieren ja wenn du möchtest kannst du mir die ballen da gleich ins lager hier und in den unterstand reinpacken und vielleicht 1 2 install aber sonst sieht das hier gut aus muss ich sagen wenn wir ja da ich glaube auch dass mein ladewagen ein bisschen zu groß ist ich gar nicht alles in der trichter ja das kommt vor müssen jetzt mal noch ein zwei ballen durchgehen dann ich glaube ich den rest raus jo dann starte ich mal durch und guck was passiert ob wir das alles hinkriegen macht aus wundert mich eh dass ich dein schätzchen fahren darf und nicht weil sie nicht dass ich noch ein unfall war und dann schuld dran bin das was kaputt ist dann bist du dann halt aber dann ist das so ich sag nur urlauber das ist das heute wird verwendet zwischendurch und kann auch verwendet wird dann kann da halt auch mal was passieren meinst du dann ist das so muss aber nicht unbedingt sein ich pass auf jetzt das ist richtig aber ist gemütlich muss ich sagen fällt mir apropos gemütliche sollte mir vielleicht gemütlich mal die tür zu machen wieso ist jetzt so laut nee aber sonst habe ich hier vielleicht ein grund puzzle für große naja okay das könnte das könnte passieren ja vielleicht sollte man die beim nächsten mal also sich auch ein bisschen anders platzieren was die gewollt ja wieso reicht es ein bisschen weiter richtung also soft pressen alle das ein bisschen mehr platz ist dass man seitlich an die ballen anfahren kann naja okay ja ist ein argument ich dachte mal mittig geht schon ja also wenn ich da seitlich reinfahre kann ich halt den einen aufnehmen und dann beiseite nehmen weil sonst kannst du ja kein zweit in 100 meisen und dann zwei auf einmal gleich wegnehmen danach aber ich muss sagen so ist so der vier zieht gut an und ich muss sagen über das lehr ja schön also ist die lehrwiss ich angekommen bin auf meiner arbeitsstätte oder was die helte fiat ist jetzt nicht so zügig ist eher gemütlich aber es funktioniert und ich versuche mal auf dem in der zweiten bahn aber vielleicht doch noch hoch zieht im arbeitsmodus musste probieren das was er nicht aber das schafft vielleicht hätte ich mal ein frontgewicht ganz gut getan meinst du oder vielleicht ein fahrer der nicht blind ist ja so schlimm also eine brille auf dem kopf ja hast du dir wieder nur auf dem kopf und nicht im gesicht ja so ungefähr ist das weil ich bin gerade einen meter neben der schwarz das funktioniert nicht so gut habe ich mal gehört das habe ich auch gemerkt wir machen aber gut mit zehn kmh komme ich hier bergauf also bitte du siehst du ja gut aber wie machen wir das dann gleich was denn genau wir müssen ja wohl noch zu mir umsetzen den ganzen das ganze geschirr hier ja das müssen wir auf jeden fall ja das sind mit einem träger dann den ladewagen mitnehmen mit dem anderen geh weil hätte ich jetzt fast gesagt entweder wir hängen die gewalt an fendt oder den ladewagen anfängt eins von beiden ja oder wir lassen die gewalt am klaus ja und dann hängen halt den ladewagen anfangen ja genau ja ich glaube das ist gar nicht so ganz verkehrt gut dann geht aber unser plan mit wir nehmen den vier hat immer dafür nicht so ganz auf nein das ist jetzt ein bisschen nach hinten los gehören ja da muss ich schon mal gucken vielleicht finde ich da noch eine andere kupplung für aber mal schauen oder wir lassen uns was anderes einfallen ja aber das muss halt wirklich immer der klasse ist immer gut man kann ja jetzt hier mit dem fiat nicht schlecht abfahren man braucht halt ein bisschen mehr zeit als ursprünglich geplant ja aber um quasi reise von hier zu mir und wieder zurück dafür ist der fiat vielleicht ein bisschen ja möglich also bis jetzt nicht so als wir riesen zeitdruck hätten aber das soll halt schon irgendwann fertig werden das stimmt allerdings ja jetzt mal jetzt weiß ich was du gemeint hast mit ihm hätten frontgewicht nicht geschadet ein bisschen leicht auf vorderachse ganz klein bisschen und so ab 70 prozent ist nichts damit ich fahre da mal im arbeitsmodus in berg hoch ja gut ist halt leistungstechnisch vielleicht hat er auch das eine oder andere fädchen aus dem stadt verloren gut er hat ja auch schon ein bisschen jahre auf dem bubbel ja ein oder andere jahr mehr hat er schon das ist richtig ich hab's jetzt gerade nicht im kopf aber das ding ist ja baue ja weiß es gar nicht aber wenn ich glück habe kriege ich jetzt nicht kriegt das nicht alles da rein oh ja ich glaube der den ich habe es bei 92 90 irgendwie sowas war das ja gut 90 24 jährchen ist schon mal eine stolze zeit also ich habe ich ignoriert mir leid also das eine oder andere jährchen hat er schon irgendwo zwischen 30 34 jahre hat er schon hinter sich dafür macht auf jeden fall eine gute arbeit und macht vor allem spaß das ist doch schon mal nicht schlecht und ich bin gerade auf dem rückweg zu dir aber ich muss leider noch mal wegen eineinhalb waren noch mal rausfahren dann ist doch so haben wir vorne ein gewicht irgendwo liegen wo landet ich mir von nämlich noch eins anklemmen ich weiß nicht ob du ihr neue voreins liegen hast gute frage irgendwo müsste eins liegen ich bin ja immer so ein muffel was gewichte angeht aber hier so am rückfahren mit einem wollen hänger da merkst du gewaltig dass ein bisschen leicht ist der geht ab und zu mal vorne hoch also ich hätte noch ein gewicht gefunden okay das ist glaube ich gar nicht so schlecht jetzt will ich doch hoffen dass sie jetzt keiner kommt wenn ich hier raus fahren möchte oder wie sieht es aus komme ich hier raus wie gut aus wieder mal ein gewicht hingestellt ok ich sehe halt so viel wie nicht hier hinten mir die gewoll gerade ziehen irgendwie gerade drücken jetzt gerade zurück stück noch ein 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 stück stopp muss noch mal ein stückchen vor das vor und ja du mit dem träger weiter nach links rüber dass der das heck vom ladewagen weiter nach rechts rüber kommt also das heck vom ladewagen muss weiter nach rechts das ist das andere rechts ach so mehr oder weniger das sieht gut aus stück noch noch ein stück 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 stopp und auf der bremse stehen bleiben bei dem träger hast du halbe ladewagen passt rein naja schon ein bisschen was sonst läuft läuft die kühlwein hier ganz gut oder soweit ja oder gab es irgendwelche komplikationen bis jetzt nicht noch ein stück du hast mir angestopft ach quatsch ich habe es doch gemerkt ach quatsch so wie sieht das richter aus kann ich den rest reinkippen so er hat mir ein gewicht hingestellt hat er gesagt richtig war geht es jetzt ob sich das auch für das stück noch lohnt weil sie nicht eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht ja aber der wille zählt ja würde ich jetzt auch sagen ein vorteil hat das gewicht ja auch ja mit gewicht auf der vorderachse ja es gibt noch einen zweiten ob mir ein urlauber zu nahe hat er einen größeren schaden wie wir ja ist richtig bin ich mal gespannt ob ich diesmal eher am feld bin bevor die über leer gelaufen ist aber ich zweifel das kann ich dir gerade nicht beantworten also so wie es gerade aussieht wahrscheinlich ist es durchaus möglich weil ich die gerade nicht weiter leer kriege ich bin gerade mit den ballen haben wir durch die gegend fahren dann habe ich ein bisschen vorsprung hol dich da nicht zu viel drauf aber brauchst dich nicht drauf ausruhen weil es leer ernst und ich bin noch ein stück weiter weg wie vorher ei 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 aber du andere frage ich habe mich ja hier schon mal gefragt aber wie schaut es aus möchtest du mein feld haben hier d warum wir nicht was soll ich denn mit so ein feld wo ich hier so immer erst eine halbe stunde durch die gegend fahren muss ansehen und ernten wäre dass ich das nicht kaufe zum angucken ist mir schon klar also du wolltest auch noch was in stadt haben an strom ja aber gerade kann ich ja mal eben machen aber wir können auch du kannst auch die ballen einfach in unterstand packen und ich schmeiß gleich los ist stroh da rein und könntest du mit der gewalt eventuell schon mal anfangen zusammen zu packen das auto weil die 22 ballen sind jetzt schon mal im stall immer du kannst den rest zu auffüllen weil ich sag mal so viel bringt jetzt nicht mehr mit ich sag mal ich bringe jetzt maximal zwischen 10 und 12.000 liter wieso um den dreh rum schätze ich mit also so was noch mal zwei ballen ist also 4000 liter sind einer gewalt rinnen aber es ist halt ja reicht halt nicht von ballen ich bin fertig ich komme jetzt wieder zurück und ich kann die auch schon mal einpacken ich weiß ja nicht was bei dir strom man in einem stall verteilen kann ich habe da noch nie so ganz voll aufgefüllt also sonst habe ich immer zwischen 8 und 12 ballen kann ich locker rein rein streuen ja gut jetzt sind gerade zwei stück drin also ich glaube ich meinen rest im ladewagen dann auch noch unter da drin da war ein ganz schönes geschoss hier was denn genau dieses komische blau gelbe ach das ist doch ein schönes geschoss ich habe nichts anderes behauptet aber es ist halt doch ein wenig platz einnehmend was allerdings ob er nachbar tut mir echt sorry aber ich bin ja gerade ein bisschen ins feld gefahren und was heißt hier eigentlich hier nach war das ist mein eigenes feld fack ja was habe ich ja gebracht hat heiler hier ja wieder on point ist einmal eine schlechte nachricht und der kerl ist verwirrt bis aufs letzte das kann jetzt irgendwie nicht so vorteilhaft nein ging aber alles gut so kommst du nicht rein mit stroh ich habe es mir gerade eben gedacht ich musste ja als andere tor rein ich wollte das bunder nicht auflachen hast du angst dass meine emma abhaut nicht dass aufgelassen kühle weg ja ich dir gesagt dass wir weg sind und du schuld bist er pleite und so da bist du sowieso dran schuld wenn es so weit kommt hey emma macht dich mal vom acker jetzt ist klar bist du einmal hier drin das muss wieder rückwärts rausfahren weil die tante wieder mal nicht aus den weg geht erhoben hilft doch nichts die stuhr heute wie ist noch ein stück was war stopp ich glaube ich weiß was du siehst du wolltest du deine reichen glaube ich nicht aufreißen oder höre dich nicht vor habe ich da noch luft wohin nach hinten ja sicher ganz viel dann bin ich ja froh ich bin ja nicht bis jetzt seltenst rückwärts rausgefahren hat man wahrscheinlich gemerkt überhaupt nicht hier klingt es schon wieder so böse wo willst du vier hatten lassen wir erst mal hier stehen oder wieder was oder bleibt wohl erst mal hier stehen und stelle ich den aber hier auf die seite hier mache ich mal zu nicht dass hier rein regnet du nimmst ladewagen oder wie also erst mal hier die tür zu okay so jürgen los geht's ja fahr du vor weil ich so vorfahren ich war die andere seite raus weil da vorne an der hauptstraße fahre ich mit diesem teil nicht mehr raus und ich sollte vielleicht die tür langsam mal zu machen das wäre leider auch ein vorteil wieder mit dem großen puzzle wir fahren ja jetzt im hof und oder ja dann können wir ja eigentlich auch hier was veröbern feldweg runterfahren oder nicht ich glaube schon wenn wohl nein können wir nicht ich glaube dass da der weg war wo ich mich verfahren habe letztes mal und dann würde ich mal sagen meine lieben sind wir am ende der folge wir fahren jetzt hier mal das geschoss runter zum jürgen an seinen hof und dann geht es da unten erst mal weiter und dann sehen wir uns wenn er wollte beim nächsten mal ist dann und dann sehen wir uns bei uns Untertitelung des ZDF, 2020